Und da sind wir auch schon wieder und jetzt geht es gleich los. Wir müssen ganz schnell noch den Rest der Leute hier zusammentreiben, was weitergeht. Wir brauchen auf jeden Fall nicht dafür sorgen, dass so viele Leute hier noch mit uns zusammen kämpfen. Weil, wenn die zwei Schiffe jetzt auch noch kommen, dann wird das zu viel. Anode, bereit! Feuer! Ja! Das sind doch schon recht! Die Segel einholen! Komm, rumschwenken. Feuer! Scheiße! 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 Ach, meine Güte. Feuer! Die kriegen Verstärkung! Die Camps und Lausen auf den Wind! Habe ich noch eine mehr? Schnell zum Schlag, Camplist. Die werden uns was sie haben, Segel in den Wind! Okay, jetzt geht es los. Das muss man alles zeigen. Feuer! 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 Ja! Zu viel Feuerkraft, Captain! Feuer! Feuer! Überhaupt nicht zu viel Feuerkraft, wir müssen uns zeigen, was wir können. Feuer! Was fertig, Strafsegel! Das ist los für 6, Kenway! Feuer! Feuer! Ich muss hier einfach rammeln, was hier noch mal zeigen. Feuer! Feuer! Ich versuch's mal zu den Runden. Ich bin jetzt 1, wenn ich das 1-1-1-2-2-3-2-1-2-3-4-4-4-4-5-5-0-5-4-5-4-5-5-5-5-5-3-1-3-3-2-4-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-4-5-5-6-5-8-5-4-5-0-5-5-5-9-5-5-1-5-5! ich kann ja immer so nicht nehmen tut mir leid ok, hier ist noch ein Schiff, auf meine Idee ich muss jetzt ganz schnell den Schiff da holen so, bitte überlebt das, bitte überlebt das bitte überlebt das, komm nein, das gibt's doch nicht das kann nicht sein, wir waren so kurz davor ach, Mist ach, das ist ärgerlich scheiße ja, sorry, das war aber was ist denn hier das war aber so typisch, weißt du alle Mörsergranaten verballern die ganze Zeit darauf geachtet, dass die großen Schiffe kommen dann die Mörsergranaten verballern dann kommen die dann zu zweit und dann eine Sekunde bevor ich dieses Schiff hätte ändern können um mir mein Schiff wieder aufzuladen ein bisschen Assi was ist das denn hier das hab ich einfach gar nicht gesehen Petite Carrère es gibt also auch Höhlen es gibt also auch Höhlen ach, die sind sogar fein oder was das ist das ja, natürlich triffst du mich ja, natürlich triffst du mich ich bin der Meisterschütze du kannst das man muss ich dir zeigen wie ich meister am klettern bin dann komm ich mich mal hier hoch und dann demonstriere ich dir mal wie du meister am fallen bist hallo so wir haben mich nicht beachtet so na dann komm mal her ja ich wollte mit dem säbel überfallen ich hatte dann die säbel leider habe ich ausgerüstet blöder junge munition blündern äh munition blündern munition blündern soo munition blündern ein bisschen Zeug zurückholen warum auch nicht, kugeln voll das hat gut noch so dabei nichts spannendes, ok aber ne kiste liegt hier nochmal oben ach ne, was ist denn das 40 rum, ach du meine güte schmuggler truhen finden, ne wenn das hier, alter bäckchen, die immer so äh immer so lodenswert sind hier, dann komm ich öfter in solche Höhen leere sooo bitteschön sooo bitteschön sooo bitteschön sooo bitteschön goode nacht sooo bed disease So, das war's. So, komm ruhig her. Habe ich kein Problem damit, wenn du Lust hast zu sterben. Darf ich dir jetzt endlich mal ausrauben, damit ich mir hier mal die Kugeln zurückholen kann. Vielen Dank. Hier ist noch ein Ohr. Oh, wenn die immer so viel geiles Zeug drin ist. Das haben wir hier drin. Das ist echt egal, wenn der Eisen drin wäre. Zucker 30. Ohlala. Mann, entdeckt aber wirklich immer wieder was neues hier. Sogar eine Schatzkarte haben sie hier. Und diese haben sie es sogar realistisch gemacht, dass sie einen gefesselt haben. Ja, ja, was cool ist. Ich glaube, die kann nicht so an die Stelle. Kann mir sehr bekannt vor sein. Oh, und dann hier ist... So was haben wir hier drin. Schwere Kugel. Ja, wow, okay. So, jetzt ein bisschen lame, aber... Bis jetzt hat es mir sehr gut gefallen, die Höhle hier. Muss ich schon mal sagen. Kann ich nicht lügen. Ach, und hier steht auch noch was, okay. Was ist da jetzt drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Was war da jetzt drin? Keine Ahnung. Hallo, Freund. Tja. Hättest du mal aufgepasst. So. Wir gucken gerade zwei auf mich zu. Ach, Freund, wie ihr seid so naiv. Guck mal, was die hier so bei sich haben. Bakugeln täten mir nicht schlecht. Wenn ich die schon verballer für die Leute hier, aber... Die scheinen nicht so freundlich zu sein, was die Grün angeht. Was? Na, dann mach ich immer wieder hier raus. Ich hätte jetzt auf das Boot nehmen, aber ich renne einfach mal. Ich renne einfach mal diese wunderschöne Höhle weiter entlang. Sieht ja echt geil aus. Jetzt muss man mal sagen, ob das wirklich so effektiv ist. Das ist ja fast, als hätte ich ein ganzes Schiff geblündert. Gut, okay. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so effektiv, aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Jetzt, also... Es ist abwechslungsreich, sag mal so. Es macht nicht mehr Spaß. Es ist auch nicht wirklich effektiver. Es ist einfach abwechslungsreich. Und das wäre... Feier! 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 Ein gut platierter Schuss! Feier! Befreiung feier! Feier! Wer hat denn so schnell wirkt? Feier! 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 Ich hab' noch keine Fallen OUT! Geht los! Gut, ich versinkl. Sooo Die haben wir auch alle dicht Und dann schauen wir mal was haben wir noch zu Die Flagge des Schiffs verstorben Der Käpt'n anscheinend So, dann gehen wir mal rüber Wir spüren die Flagge des Schiffs So, hoch mit uns Den dann noch, damit er nicht abklagt Und weiter geht's 12 Leute von den 15 Mal schauen ob die schneller geklinge als wir Das ist ja mal eine ganz coole Sache Ich würd sagen als Test zu unserer Mannschaft Aber die sind nicht so Hier anscheinend Sooo Schade, dass wir hier auch schnell wieder runter kommen So 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 Mach der Käpt'n den letzten Schlag wie immer Mal gucken was die an Bord haben Das würde mich interessieren Ich glaub das die haben richtig viel an Bord 3.000 3.000 Oh mein Gott Das ist ne Bome Das kann ich euch sagen 3.000 real Alter Haben wir schon wieder 9.000 Und da hinten sehe ich jetzt noch Schiffe So Ja nö Mörsergeflossen Okay Und dann hast du Level 23 Setz alle Segel die wir haben Da kann ich auch mal richtig reinrammen So Hallöchen Süßes Das ist Mit den Lahm ihr Lumpen Bam Feuer Feuer Schmerz Feuer Bereit zu Feuern Käpt'n Segelreffen Raus aus der Fö Und legt dieser Rass auf dem Wind Ja Schießt alle hin, Sir So Feuer Zurück Die werden uns versöhnt Viren und Spaß aufnehmen Feuer 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 Wir werden sie rauszauern Alles klar, die sind loszauern Und nicht in der Pfärz Kriegen die Hauptsegel in den Wind Feuer 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Metallhundert. Das kann ich auf keinen Fall versinken. Da würde ich ja 50 Metall verschenken. Ich bin doch nicht blöde. Geil, 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 geil. Boah, wir haben echt Glück, was die Schiffe angeht. So ein bisschen. Das eine oder andere macht. Wo ist das Glück, das Schiff angeht? Wir sollten jetzt wirklich ordentlich Kohle wieder haben. Und auch ordentlich was sie verkaufen können. Weil da was hier abgeht. Wir können unser Schiff bald richtig gut ausrüsten. Und dann kriegen wir vielleicht auch die Level 40er ganz gut hin. Die müssen wir bei den Rumpf ausbauen. Wir übertragen noch zu wenig. Verkaufen. Fracht verkaufen. Zucker, haben wir da ein bisschen was gesammelt. 1.800, das geht auch mal. Für die kurze Zeit, die wir jetzt gezockt haben. Rum. Und wieder 3.000. Ja, so gefällt mir das. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz auf. Kaufen. Jackdaw Upgrades. Rumpf Ausbau. Kostet 15.000. Kostet mich 500 Holz. Und 200 davon. Dann verkauf ich doch mal ganz kurz ein Segel. Ein bisschen Segel. Fracht verkaufen. Stoff. Ne, das reicht mir nicht. So. Auswählen. Ja, passt schon. Und jetzt sollten wir. Ja genau, das haben wir genug. Für. Einen neuen Rumpf Ausbau. Ja. Natürlich geht jetzt alles, was wir haben verloren. Alles weg. Schade, schade. Achso, Moment. Ich will noch gucken, ob ich noch was machen kann. Ne, wir können nichts mehr machen. Außer in der Jackdaw. Dafür sind die Segel dann da hier. Um sowas zu kaufen. Ledersägel. Das hole ich mir auf jeden Fall. Ledersägel sieht gut aus. Scharlachsägel. Ist auch nicht schlecht für den Anfang. So ein Scharlachsägel. Aber das kostet doch alles gar nichts an. Das ist ja jetzt so billig. Was den Stoff anbetrifft. Was den Stoff anbetrifft. Ich meine, so viele Segel kaufst du jetzt auch nicht. Deswegen kannst du das Zeug ruhig verkaufen. So meine Freunde. Jetzt erst mit einem Rumpf Ausbau. Jetzt wollen wir noch mal schauen, ob wir immer noch so schlecht sind. Aber meine lieben Damen, Herren und Gesangsvereinsfreunde. Das schauen wir erst in der nächsten Folge. Und dann testen wir das Schiff gleich mal aus. Am besten an dem kleinen Schiff. Ich weiß nicht, ob es zu können, so Freude strahlen. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.